Hallo, Sina! Na, geht's Ihnen gut heute? Hey! Warum abbildst du nicht, du Arschloch? Ich will zu Mama! Wenn die Profis noch nicht mal mit dir klarkommen, wie soll ich das dann schaffen? Sie sind ihre Mutter. Benni braucht eine langfristige Lösung. Ja? Erzähl, du darfst dich einfach in mein Zimmer. Ich bin ein Schulbegleiter. Ich kann nicht mit dir tun! Dies war, was es klappt. Ja! Je älter du wirst, desto beschissener werden die Maßnahmen. Ich hab die Maßnahmen für dich! Keine Sorge, das ist Sicherheitsglas. Erzähl. Wie heiß ich? Ekelmaßmensch. Na also, wird er.